weiter gucken so hier kann ich hier kann ich hoch geht jetzt hier erstmal nicht weiter um gucken da bin ich gerade her gekommen da ist noch was okay also muss ich da irgendwie hin hoch und dann will ich dahin ja so hoch detektiv modus sagt erst mal alles gut noch irgendwo warten da unten ist los jetzt könnte ich eigentlich zurück zur bett höhle ich glaube da bekommen wir dann unser letztes gadget glaube ich wissen tue ich jetzt dafür die rohre alle verlegt hat da müsste gefeuert werden alles krumm und schief er ist nicht da unten da ist der falsche zack ok ich habe die proben ich gehe jetzt zur bett höhle um das gegenmittel herzustellen gut ich würde dir raten dich zu beeilen aber ich bin sicher du weißt was du tust melde dich in der höhle wenn du was brauchst ok so erstmal will ich darüber wie machst du das bloß hier lang zur bett höhle fucking verbesserung okay dann hier rein wenn sie gerne und erst mal wieder gescannt genau mache ich die tür auf bett höhle oh gott das habe ich kurz gedacht ich fliege in den abgrund so dann mal gucken wie dicht bist du an der entdeckung der heilung nah dran es ist schwieriger als ich dachte das verfahren ist langsam schwierig und es produziert kaum gegenmittel und die guten nachrichten die chemikalie wird ivy sicher aufhalten sie könnte auch die titan verwandlung umkehren ich muss noch einige tests durchführen um sicher zu sein der computer soll noch mehr durchführen aber ich muss jetzt raus und ivy suchen gott sei dank ihre pflanzen haben den gott im river erreicht Batman Bruce ist alles ok naja definiere ok ich glaube die bett höhle hier können wir erstmal abschreiben unser letztes gadget habe ich doch gesagt wundervoll die riddler trophäen werden uns so das ist einfach eine ultra badclaw da kommen dann drei so eine badclaws raus statt eine ja so wo geht es runter hier geht es runter und wir müssen hier lang treten treten zack dann einmal die die ultra badclaw so und dann ordentlich anruppen da jup jetzt können wir nämlich wände rausreißen ok hoppa ich habe so eine vorahnung wie äh wo wir jetzt hin kommen äh ich hätte mich getäuscht naja man kann ja nicht immer recht haben naja man kann ja nicht immer recht haben da war gerade eine riddler trophäe da geht es jetzt wieder rein ok ja ist doch gut ich habe es verstanden glaube ich ich soll ich da unten jetzt hinbleiben i can try it na 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 Batman Hopp. Meine. Höher. Noch höher. Rüber. Hoch. So, Line Launcher. Zack. Kann man hier sonst noch irgendwo hin? Nö, okay. Hier gibt es ein Guckloch. Mal schön ein bisschen umgucken. So, sind wir da oben hergekommen oder wollen wir da? Oh, hier geht hoch. Hier muss ich auch hoch. Okay. Und da hin? Wo geht da hin? Warte mal ganz kurz. Da. Okay. Da will ich hin. Hö. Ach. Aha. Und jetzt. Ähm. Dahin? Ja, muss jetzt. Und da hoch. Ach so. Okay. Jetzt bin ich wieder hier. Und dann da. Da hoch. Und da hoch. Und da rüber. Oder kann ich hier noch irgendwo anders sein? Nö. Darüber. Zack. Jetzt glaube ich aber zu wissen, wo wir hinkommen. Nee, doch nicht. Ich bin verwirrt. Okay. Das war gar nicht gut. 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 Äh. Da ging es in die Betthöhle. Da wollen wir aber nicht. Gibt es hier wieder ein paar Haio-Peißen? Da hinten ist nur... ...eine weitere Pflanze. ...die wir hoffentlich früh genug entschärft kriegen. Scheiße. Schnell weg. Die Pflanzen werden wohl aggressiver, wa? Ich führe eine Simulation über die Zerstörung durch die Ibis-Pflanzen anrichten würden, wenn sie Gotham erreichen. Die kommen nicht weit. Mein Gegenmittel, das sie und Ivy aufhalten. Ich hoffe, du hast recht. Ich bin hier, falls du mich brauchst. Okay. Bei Krok können wir schon mal nicht mehr rein. Äh. Apropos Wayne Tech. Wir müssten doch jetzt... Das ist immer noch nicht verfügbar. Was hat denn erst verfügbar, wenn ich das hier mache? Ja klar. Ist irgendwas für ein Batteran. Nein. Aber gut. Ähm. Was ist das hier vorne noch? Combo-Batterain. Dreimal Upgrade verfügbar. Ah, dann nehme ich das. Danke. Ähm. Dann nehme ich das. Danke. Schallschock. 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 Äh. Äh. Die Reststörung diesem Ort verhindert, dass weitere Schall-Batterains benutzt werden können. Ach so. Okay. Ähm. Ja, dann nehme ich halt noch das. Danke. So. Äh. Aber wir müssen hier lang weiter, ne? Ja. Ja. Das ist wieder so ne Kackpflanze. So. So. Wir haben noch ein Problem. Oh Gott. Was noch? Two-Face? Riddler? Irgendein riesiger Joker-Roboter? Leider ist es nicht so einfach. Ich bin an der Einmündung der Hauptabwass-Aurora und sie scheinen Titan-verseucht zu sein. Wieso? Was macht er jetzt? Ich sehe mal nach. So. Warte mal, wo bin ich denn? Bin ich hier richtig? Hier. Hm. Ja, doch. Hier hin. Und hier rüber. Hier hin. Na, einfach weiter. Ja. Okay. So, hier hoch. Das Titan-Wasser scheint ätzend zu sein, aber das kann dem Anzug nichts anhaben. Was hast du erfahren? Ich bin nicht sicher, ob du bereit dafür bist. Nein, aber mach weiter. Joker pumpt die ganzen Abfallprodukte vom Titan-Prozess in diese Kammer. Sie dient als eine Art natürlicher Vorratsbehälter. Wenn sie voll ist, fließt das Wasser in den Gotham River. Eigentlich ist es sicher, aber... Aber diesmal ist es voller Titan. Wie kann ich es stoppen? Ich arbeite dran. Ja, ich hab doch eine Vorahmung. So, Line Launcher rüber. Wir waren ja schon mal hier. In dieser Folge kenne ich den Weg jetzt auch. Nach den Plänen, die ich in den Akten habe, gibt es drei Kontrollräume. Der erste ist genau über dir. Ich lege sie alle still. Was passiert, wenn dieses Titanzeug Gotham erreicht? Es wird Gotham nicht erreichen. Zicke. Beeil dich, das ist kein Scherz. Wie will das jetzt erledigt werden? Du hast ihn gehört. Bist du fertig? Ja, wir laufen mit Höchstleistung. Es tut das Toll-Tüter-Weißen aus. Was wird es bewirken? Wen interessiert's? Aber meine Mutter lebt unten bei den Docks. Du weißt. Du weißt doch, wie du bist. Du weißt doch, wie du bist. So. Hier haben wir noch. Der ist hier! Wirf ihn zum Boden und trampel auf seinem Gesicht rum! Ich werde dich zusammenschlagen! Da habe ich gerade eine Karte gesehen. Hallo! Jo, grüß dich. Kannst du mich hören? Na klar. Unglaublich! Ich nehme an, dass bist du da drin, Bertz. Na klar. Genieß es, solange du kannst. Diese Höhlen werden dein Grab! Witzig, witzig. So. Ich will auf eine Karte gucken. Ja, ist doch gut. Da ist einer, da ist einer. So. Hier ist noch irgendwo. Eine Trophäe. Was soll denn hier noch sein? Ich schweige denn hier. Ich wusste, dass hier noch irgendwas ist. Hier soll auch noch irgendwas sein. Okay. Hier dafür nicht. Hm. Na gut. Dann. Let's go. Ha. Tonband. Setz dich und halt's Maul. Glauben Sie, ich habe Angst vor Ihnen, Cash. Ich bin Ihnen auf der Spur, Sie sind ja. Und ich bin Ihnen auf der Spur. Aber wissen Sie was? Ihre Spur widert mich an. Nur weiter so doch. Bitte, tun Sie das nicht wieder, Mr. Cash. Das ist nicht hilfreich. Das mit dem Band tut mir leid. Aber was sollen wir tun, wenn Sie glauben, unbedingt drei Wachen einweisen lassen zu müssen? Schreien Sie fest, was Sie wollen, Doc. Dieses Ding kitzelt nur. Ich bin froh, hier zu warten. Auf die Fledermaus zu warten. Sie wird zurückkommen. Und ich werde Sie töten. Und dann Cash. Und danach Sie. In deinen Träumen. Und jetzt steh auf. Sofort. Hat nicht so gut geklappt, uns zu töten. So. Ich habe dich gehört. Schießt, um zu töten. Ich mache nichts anderes. Da bin ich mir nicht so sicher. Wovon sprichst du? Ich bin der beste Schütze. Geh sich die Feder maus. Easy. Okay. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir hier gar nicht. So. Links, rechts. Ich gehe zuerst links rum. So. Sehr schön. Ich habe gedacht, hier ist noch ein Band. Jetzt sah er wieder ganz kurz so aus. Oh. Und dann? Der hielt den Kopf über und prügelte ihn windelweich. Der Typ war am Ende. Hat er bezahlt? Nein, er hat alles auf der Rennbahn ausgegeben. Was? Du lässt ihn damit durchkommen? Will dir ein Trottel aus? Der steht vor. Der lässt dich schlecht aus. Was denkst du? Du gehst von dir. Aber deswegen stehst du nicht da. Ich versuche, den Strom abzustellen. Lass das nicht drauf. Ist das klar? Wollt ihr, dass ich Haare schicken? Verdammt. Sie ist eingesperrt. Wollt ihr, dass ich da runterkomme? Mehr hast du nicht drauf? Musik Du darfst auf dem Boden liegen und... okay das war keine glanzleistung aber ich habe geschafft so das ist die erste pumpe die nicht mehr läuft das ist die zweite